Welche Mikrofone nutze ich und was würde ich einsteigern empfehlen? Herzlich willkommen zu Tim Soundcast. Mein Name ist Tim Heinrich. Dabei lieben Gruß an den Dennis. Ich habe insgesamt vier Mikrofone. Eins davon ist aber ein dynamisches Mikrofon, was ich ausschließlich für den Bassbereich vom Cajon verwende. Ansonsten habe ich hier drei Mikrofone. Das erste, das ich jetzt gerade spreche, ist das Autotechnica 4035SV. Das war mein erstes Mikrofon. Das habe ich damals vor ca. 20 Jahren für 3 bis 400 Euro ungefähr gekauft. Das war lange auch mein einziges Mikrofon. Das gibt es jetzt gar nicht mehr. Der Nachfolger, das ist das Autotechnica 4033, ist ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon und kostet momentan ca. 399 Euro. Also, wenn ich aufrunde, 400 Euro. Jetzt bin ich beim nächsten Mikrofon. Das ist das Rode NT1-A. Und das ist auch ziemlich günstig. Das kostet nämlich 142 Euro. Auch ein Großmembran-Mikrofon. Und das Schöne bei dem Mikrofon ist, dass ich mal gehört habe, dass ein Tonstudio, was sehr, sehr viele Sprachaufnahmen macht für Werbung, TV, Kino und alles Mögliche, die machen auch Post-Production, aber zum Großteil Sprachaufnahmen, dass die einige Mikrofone haben, aber auch das Rode NT1-A und das ziemlich häufig benutzen. Und für mich der Unterschied zwischen beiden ist, dass das Autotechnica gerade bei Frauen etwas spitzer klingt, etwas schärfer. Das kann aber dann wieder ziemlich gut sein, wenn man Gitarrenaufnahmen hat. Manchmal habe ich das auch sehr gerne für Percussion-Sounds oder ich stelle das Autotechnica gerne vor mein Cajon. Als letztes habe ich das Rode NT5. Das ist ein Kleinmembran-Mikrofon. Das gibt es alleine für 159 Euro oder als Paar für 240 Euro. Wenn man das Ganze als Paar kaufen möchte, dann sollte man direkt die beiden Mikrofone als Paar kaufen und nicht zwei einzelne, da diese direkt aufeinander abgestimmt sind, mal abgesehen davon, dass es auch billiger ist. Ich habe das gerne als Overhead-Mikrofon für die Percussion-Sounds oder Akustik-Gitarren. Ich habe das auch als Talkback. Ich hatte mir vom Music Store von der Icon-Marke ein Mikrofon gekauft, was eigentlich die gleichen Daten hatte. Das hat mir aber irgendwie viel zu wenig Pegel gegeben. Deswegen bin ich hier drauf zurückgegangen. Ich habe eins davon als Talkback und ein Stereo Paar als Overheads. Ich habe aber festgestellt, dass es im Vergleich zu den Großmembran-Mikrofonen wesentlich deutlicher und stärker auf P- und Zischlaute reagiert. Bei allen Mikrofonen habe ich hier einen Pop-Schutz. Bei dem Rode NT5 jetzt diesen kleinen Staubfänger vorne drauf. Und trotzdem muss man da sehr, sehr stark aufpassen. Zu der Aufnahme ist jetzt noch zu sagen, dass ich gar keine Nachbarbeton gemacht habe. Also kein Equalizing, kein Rauschunterdrücken oder ähnliches. Ich habe nur die Pegel angeglichen, dass wir wirklich überall den gleichen Pegel haben. Also das sind meine drei Mikrofone für Sprache. Rode NT5, Rode NT1A und Autotechnica 4035. Welches Mikrofon würde ich jetzt also einsteigern empfehlen? Ganz klar das Rode NT1A. Das ist ein Großmembran-Mikrofon, was einen guten Sound hat, nicht ganz so zimperlich bei S-Lauten ist und auch in amtlichen Tonstudios eingesetzt wird. Sagt mir doch einfach mal, was eure Lieblingsmikrofone sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020